Let's go. 3, 2, 1. Gepasta, Leute. Herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding. Und in diesem Sinne freue ich mich auf eine neue Podcast-Folge mit meinem geschätzten Kollegen, der wieder in Berlin zu Gast ist, Jan Safhe. Also, wie bist du hier angekommen, wie hast du Berlin erlebt und wie geht es dir gerade? Also in Berlin finde ich es immer wieder faszinierend, dass wenn man von A nach B fährt, die ganze Zeit Stadt ist und man ist trotzdem 50 Minuten unterwegs. Das ist krass, ne? Bin ich als Kleinstädter nicht gewöhnt. Das hört einfach nicht auf. Wenn ich 50 Minuten fahre, bin ich in einem anderen Bundesland. Das ist ungefähr das Stück. Also, das kann in Berlin auch passieren. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist hier zwar auch innerhalb der Stadt möglich, aber ja gut, nein, es ist alles super. Ich bin immer sehr gerne hier, muss ich sagen, das ist für mich natürlich auch immer eine aufregende Zeit, weil wir natürlich auch dementsprechend viele Sachen machen, die mir sehr viel Spaß machen. Und ja, Big Sun Store mal wieder die Leute sehen und so, ist schon immer cool, ne? Hier abhängen. Macht schon immer Spaß und dementsprechend auch mal das Training in einer anderen Umgebung, da freue ich mich auch immer am meisten drauf. Und das Beste an solchen Trips, das habe ich dir gestern schon auf der Toilette erzählt, ist immer das Frühstück im Hotel. Stimmt, Hotelfrühstück. Schönes Buffet mit Ui. Es macht schon Spaß, ja. Und deswegen werden wir auch weiter solche Trips organisieren. Wir haben uns ja vorgenommen, wir wollen es öfter machen. Ja. Haben wir uns vorgenommen. Also wir haben, gut, das letzte Mal muss man sagen, wir haben es auch gleich eingetragen, deswegen sind wir heute hier. Vielleicht können wir das für den nächsten Monat auch gleich machen, dass wir gleich die Kalender zücken und sagen, wir produzieren weiter. Natürlich nur, wenn ihr das wollt. Deswegen müsst ihr die Videos natürlich auch pushen, teilen, kommentieren. Und heute soll es um ein Thema gehen, wie immer. Es geht um Steroide, was für eine Überraschung. Aber wir haben uns in letzter Zeit außer den ganzen Skandal-Nudel-Dingen einfach mal so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass wir Steroide nüchtern nach bestimmten Fragen, Erörterungen und Einnahmezwecken einfach mal besprechen wollen. Und nachdem wir schon darüber gesprochen haben, wie gefährlich Steroide im heutigen Zeitalter noch so sind oder Doping und ob das überhaupt noch so ist, wollen wir jetzt mal darüber sprechen, genau in die gleiche Richtung. Wie sieht es denn mit dem wirklichen interessanten Zweck mit Steroiden oder Doping generell im Alter aus? Anti-Aging, Schrägstrich Quality Aging. Gibt es das? Ergibt das überhaupt Sinn? Ab wann kann man das machen? Wo ist die Grenze? Wann ist es wieder Stoffen? Wann ist es Gesundheit, Quality Aging? Das ist ein geiles Thema, finde ich. Und genau da wollen wir heute einfach mal ansetzen. Wollen wir physiologisch einfach mal aufschlüsseln, ist das wirklich so? Und muss man da wirklich was machen? Weil ich finde, jeder, der das nicht weiß oder jeder, der das weiß und das nicht macht, ich verstehe es nicht. Also du kannst ja natürlich irgendwie sagen, ja, es ist ja alles, Gott wollte das so. Völlig in Ordnung, wir werden ja trotzdem alle ungefähr im gleichen Alter sterben. Aber die Frage ist, wie? Wie geht es dir bis dahin? Und genau das kannst du sehr wohl beeinflussen. Anti-Aging gibt es nicht. Quality Aging gibt es sehr wohl und darüber sprechen wir heute. Ist das was für einen 20-Jährigen? Nein. Glaube ich auch nicht. Ein 20-Jähriger wird damit aber auch nichts am Hut haben, weil er hat keine Falte im Gesicht und auch keine Schmerzen und keine Probleme. Aber ich habe auch nicht wirklich Probleme und ich habe mich vorher auch schon damit befasst. Das heißt, diese Voraussicht, also ich wusste irgendwie Ende 20 schon, dass wenn ich das jetzt mache, dass ich damit gewisse Prozesse aufhalten kann. Aber Ende 20 ist auch nochmal ein großer Unterschied zu Anfang 20, finde ich gerade für eine Verhaltensweise. Also mit Anfang 20 denkst du ja, mir kann überhaupt nichts passieren. Also du musst nur mal gucken, wie ein 20-Jähriger Motorrad fährt. Also da denkst du ja, der ist ja unsterblich vom Gefühl her. Ich fahre aber genauso, deswegen fahre ich kein Motorrad. Motorrad fahre ich auch nicht, weil ich glaube, ich bin nach zwei Monaten tot. Es verleitet einfach so krass, selbst wenn du, weiß ich nicht, geordnet Motorrad fährst. Also nach zwei Tagen, wenn du das erste Mal feststellst, wie schön es ist, einfach mal zwischen zwei Autos durchzufahren, dann bist du verloren. Ich fahre deswegen kein Motorrad. Aber ich feiere das, also ich finde es geil, ich fahre aber kein Motorrad. Ja, du kannst mit einem Auto aber auch eine Autobahn zwischen zwei Autos so durchfahren. Mach ich auch. Ist aber irgendwie sicherer, habe ich das Gefühl. Ein Kumpel von mir hat ein M5 gehabt. Wir sind da mit 300 auf der vollen Autobahn gefahren. Der ist halt rechts überholt, das Ding auf dem Standstreifen am LKW vorbei. Ich bin gestorben. Aber das ist dann ein bisschen too much, Alter. Das ist absolute Waffe halt auch. Wahnsinn. Ja, an dieser Stelle, wenn euch das interessiert, dass wir mal einen Podcast über andere Themen machen, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Über was sollen wir reden? Über Business, aber bitte nicht über Binnisses skalieren. Und wie ihr in unser Team kommen könnt, um euer Vermögen zu vermehren. So wie bei Road to Glory. Sondern vielleicht einfach mal über irgendwelche Sachen wie das Leben, Lifestyle, schöne Autos, Geld verdienen. Manche in Deutschland, das finde ich ein Problem. In Deutschland ist das immer so verpönt, wenn du über Geld redest. Ja. Mir hat Marcel, das hat mich geprägt, manche Sachen, die er gesagt hat. Weil ich finde, manches ist ganz witzig. Als ich den Podcast mit ihm hatte, hat er gesagt, also in Deutschland musst du dich erklären, wenn du ein großes Auto fährst. In Dubai musst du dich erklären, wenn du ein kleines fährst. Ja. Das ist so der krasse Unterschied. Mentalitäten sind so unterschiedlich. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also da gibt es mit Sicherheit auch nochmal viel interessanten Input. Darüber können wir auch reden. Aber der Input heute ist auch interessant. Und du hast recht, wahrscheinlich ist es so, dass das kein Thema ist, das einen 20-Jährigen jetzt interessiert. Aber ich finde persönlich, das werden wir jetzt immer wieder beleuchten, dass es Einsatzgebiete für uns gibt, in denen Steroide oder auch Peptide gesund für uns sein können. Und genau darüber werden wir heute sprechen. Nämlich, wie kann man mit Steroiden und wie kann man mit Peptiden Quality Aging betreiben? Und wie kannst du Steroide einsetzen, um verdammt schnell zu altern? Also manche tun das ja auch. Und hierfür gibt es ganz logische Pathways, ganz logische Funktionsweisen. Und das Erste, denke ich, was relativ logisch ist, warum sehen viele Wettkampfbodybuilder so schnell älter aus? Warum sahst du auch plötzlich so alt aus im jungen Alter? Der Hauptbaustein dafür ist das DHT, das hochdosierte DHT tatsächlich über längere Zeit in Kombination mit dem Stress, den so eine Wettkampfdiät auf dich ausübt. Und ich kenne Wettkampfbodybuilder, die sind 30, die sehen aus wie 50. Das ist aber auch ein ganz logisches Bild und ich denke, das ist auch der Preis, den man bewusst zahlt. Glaubst du, wenn das heute jemand, der ist 30 Jahre alt, der hat Wachs genommen ohne Ende, der hat Falten überall, der hat einen Muskelberg, der sieht wirklich geisteskrank aus, hat keine Haare mehr, dies, das und sieht im Gesicht aus wie 50. Glaubst du, wenn er heute absetzt und sich wirklich dem allen widmet, was wir jetzt sagen, kann das, boah, reversibel ist krass, aber kann das wieder im Rahmen sein in ein paar Jahren? Die Haare kommen nicht zurück, aber er kann sich auf jeden Fall locker mal 10 Jahre schenken, optisch, locker. Das denke ich auch. Minimum. Das sehe ich ja bei mir selber. Ja, aber würdest du sagen... Ich habe damals mal diese App gemacht, was dein Alter einschließt. Ja, ja. Die hat da irgendwie 46 ausgespuckt und da war ich 30. Aber diese krassen Wachsfalten, die du auch auf den Kopf kriegst oder so. Du kriegst ja keine Haare mehr, das heißt, diese Wachsfalten bleiben, siehst du ja bei vielen Bodybuildern. Das kriegst du nicht weg. Ich glaube, das ist aber Genetik, oder? Glaube ich auch, aber vielleicht... Verstärkt das das nochmal? Glaubst du, das kriegt man mit Botox weg? Könnte sein. Also letzten Endes ist ja immer die Frage, ist das eine Geschichte, der gut ist, also der Haut, oder ist das eine muskuläre Geschichte? Weil muskuläre Geschichten kannst du ja mit Botox alle wegspritzen. Kannst du auch eine Kräne mit Botox wegspritzen. Also das ist immer so die Sache, ein Muskel zu leben, ist ja kein Problem. Vielleicht kriegst du es damit geglättet. Das ist unmöglich. Ich denke, dass es immer Dinge, also es gibt zwei Arten von Dingen, die ihr alle kennt, in unserem Business mit Steroiden, Doping, Leistungssteigerung. Die erste Art beschleunigt Prozesse im Körper, die andere Art verlangsamt Prozesse im Körper. Und du musst immer überlegen, willst du Prozesse beschleunigen, dann beschleunigst du auch deine Alterung, Muskelwachstum zum Beispiel, oder willst du Prozesse verlangsamen, dann verlangsamst du auch immer die Alterung in gewisser Weise. Ich nehme jetzt mal gegenübergestellt Metformin und Insulin. Mit Insulin beschleunigst du einen Prozess. Du beschleunigst, dass die Nährstoffe in die Zelle gedrückt werden. Damit machst du deine Alterung natürlich, also Leute, die viel Insulin konsumieren, sehen alt aus. Das ist einfach so. Das siehst du auch leider bei vielen Diabetikern. Vor allem hochdosiert. Genau, du hast einfach einen höheren Verschleiß, auch einfach dadurch, dass der Umsatz von Kohlenhydraten und generell Nährstoffen einfach unfassbar hoch ist. Und die Anabolrate auch einfach unfassbar hoch ist, sodass du alle Prozesse halt irgendwo relativ schnell machst im Körper. Ganz kurz, ich würde aber wahrscheinlich einhaken und würde sagen, wenn man Insulin wirklich nur replacementmäßig einsetzt, dann kann man durch die optimierte Nährstoffversorgung Vorteile dadurch haben. Ja, aber ich kenne Diabetiker, die das so machen, wie du sagst. Ich kenne aber auch Diabetiker, die gleichzeitig Hardcore Bodybuilding betreiben und mal 130 Einheiten am Tag feuern. Weil die einfach viele Kohlenhydrate brauchen, sonst nehmen die nicht zu. Und das ist was anderes. Und das ist halt der Unterschied. Also ich glaube, Insulin kann Longevity Bestandteil sein. Ja. Aber so wie du es jetzt beschreibst, wenn man das überdosiert. Wenn du ein Mädchen hast, die vielleicht ihre, keine Ahnung, in der Wettkampfdiät vielleicht ihre 100 Gramm Carbs am Tag isst oder so und darum ihr Insulin einsetzt, dann kann diese Wettkampfdiät sogar dafür sorgen, dass sie weniger Insulin braucht. Logischerweise, die Insulin wird auch besser. Habe ja 1C wird sich verbessern über die Zeit. Genau, genau. Habe ja 1C von mir, die das hat tatsächlich. Genau, das passiert gerade. Ihre Körperkomposition verbessert sich. Das ist was ich meine. Ja. Fühlt sich auch besser. Das ist gesund. Natürlich, der Hunger ist da. In der Wettkampf diät immer so, aber das generelle Körpergefühl ist besser durch weniger Verschleiß durch Insulin. Weil das ist die Indikation, die Insulin dann ja auch hat. Also du entlastest deine Bauchspeicheldrüse und in dem Sinne kann, und das müssen wir hier auch festhalten, das kann ein Baustein sein. Also wir machen jetzt ein fiktives Szenario, in dem es geht um mich zum Beispiel, in dem ich sagen würde, wie kann ich meinen Körper weitestgehend entlasten. Für mich wäre tatsächlich ein logischer Schluss, dass ich neben dem HGH, das ich jetzt nicht exorbitant hoch einsetzen würde, aber vielleicht zwischenzeitlich cycle-technisch immer mal wieder für den Muskelaufbau kurzzeitig höher, das Insulin einsetzen würde. Aber wahrscheinlich auch die Überlegung anstellen würde, langfristig Kurzzeit-Insulin immer mal wieder einzusetzen, um die Bauchspeicheldrüse zu entlasten. Was würdest du dazu sagen? Finde ich sinnvoll, gerade wenn der Kohlenhydrat-Intake halt auch dementsprechend ist. Und genau in dem Fall finde ich zum Beispiel, wenn ich jetzt in einem Szenario bin, wo ich ein Bodybuilder bin und esse viele Kohlenhydrate, Metformin ist so absolut sinnlos. Also Metformin ist ja ein Medikament, was zur Diabetesprävention eingesetzt wird. Es wird im Übrigen aber auch gerade an was Besserem geforscht. Weiß ich, ist aber noch nicht spruchbar. Aber meinst du diese ganzen Ansätze mit Metformin plus NAD für die Langlebigkeit oder was meinst du genau? Ja, ich meine halt sowas, es gibt ja Bodybuilder, essen ja mittlerweile viel Metformin. Und ich finde das immer so irgendwie konträr zu dem, was sonst gemacht wird. Du versuchst den Muskelaufbau zu beschleunigen mit Steroiden. Du versuchst den Muskelaufbau zu beschleunigen mit Essen. Du versuchst den Muskelaufbau zu beschleunigen mit optimaler Regeneration. Mit einem optimalen Trainingsreiz, mit einem optimalen Split. Du versuchst alles zu optimieren, dass alles so schnell wie möglich vonstatten geht. Dann frischst du abends 500 Milligramm Metformin, die dir genau die Glucoseaufnahme, die du eigentlich brauchst, um diesen Prozess auch zu beschleunigen, wieder herabsetzt. Das ist irgendwie so, du lässt praktisch ein Medikament gegen deinen Körper und all das, was du dir vorher reingejubelt hast, arbeiten. Natürlich ist das sinnvoll für jemanden, der das nicht in den Griff bekommt, sich sauber zu ernähren und damit halt zu viel Einfachzucker über den Tag konsumiert, damit dieser Zucker langsam abgegeben wird. Und du praktisch dir das Medikament zunutze machst. Das ist ja die Indikation. Schnelles Kohlenhydrat zu einem langsamen zu machen. Ja, das ist die Indikation für Leute, die es nicht im Griff haben. Dann frisst er halt seine Gummibärchen und nimmt Metformin, ist dasselbe. Ja, und das ist aber auch, da sind wir wieder bei dem wunderschönen Weg des geringsten Widerstands. Ich glaube, so wird das gerne eingesetzt. Genau, das ist aber eine andere, genau, das ist genau die andere Baustelle, von der ich heute gerade nicht sprechen will, weil wir wollen ökonomisch arbeiten und deswegen bin ich da völlig bei dir. Also auch hier, Insulin kann dich töten, ja, aber man kann es auch einsetzen, um die Bauchspeicheldrüse zu entlasten, wenn dein Kohlenhydratintake stimmt. Und klar, wir brauchen einen Disclaimer, all das muss man wissen, wie man es tut, aber das sage ich jetzt einmal und nicht wieder. Also ich möchte diese ganze Scheiße jetzt heute nicht mehr sagen, sondern ich möchte nur darüber sprechen, ganz nüchtern, was die Funktionen sind und wie man sie sich zunutze machen kann, dass wir das gleich gesagt haben. Das heißt für mich, du würdest da noch mitgehen, ich würde sagen, mein erster Punkt, den ich einsetzen würde, wäre wahrscheinlich bei Zeiten immer mal wieder Insulin. Kommen wir doch zum relativ Offensichtlichen, was ganz am Anfang im Raum steht. Was ist mit Testosteron? Das heißt, wenn wir uns alle doch einig sind darüber, und das ist etwas, das ist eine medizinische Tatsache, also unser Verfall wird dadurch eingeleitet, dass Testosteron und GH runtergehen. Bevor das passiert, gibt es aber ein Synthesehormon, das das Ganze ja steuert und das schon wahrscheinlich oder mit Sicherheit vorher runtergeht. Was ist mit DHEA? Würdest du DHEA dann supplementieren? Wäre das etwas, wo du sagen würdest, machst du? Wie ist deine Erfahrung? Ich habe schon ein bisschen Erfahrung, was sagst du? Fragen mich auch immer viele, ob sie das nehmen können, wie sie es dosieren sollen und so. Ist, finde ich, für Männlein wie Weiblein auch eine gute Idee. Also man kann das schon gezielt und richtig einsetzen, um halt einfach an der richtigen Stelle zu boosten, definitiv. Also ich finde es sinnvoll. Die Frage ist halt immer, was will man damit erreichen? Weil viele denken ja auch, sie nehmen das ein und erreichen dann ein ähnliches Ergebnis wie mit einem Testosteronexogen zugeführt, was natürlich nicht der Fall ist. Nee, das ist nicht so. Also DHEA ist ein Pleiotropeshormon, das Synthesehormon für Sexualhormone und für unser HGH sein kann. Bei Frauen in der Menopause wird es sehr erfolgreich eingesetzt. Da hilft es tatsächlich, da wird es dann im Großteil zu Östrogen. Bei Männern kann es zu Testosteron werden, aber kann auch zu Östrogenüberschuss führen. Also auch da muss man immer ein bisschen gucken. Und du hast recht, das ersetzt kein Testosteron. Aber es sorgt ein bisschen dafür, dass dein Körper den Weg selbst etwas besser gehen kann. So kann man das mal sagen. Das heißt, wir müssen uns vorstellen, das DHEA wird niedriger. Dadurch haben wir weniger GH, weniger Testosteron, weniger Östrogen. Und was passiert dadurch? Knochen werden schwächer tatsächlich, Muskeln werden abgebaut, Haut wird schlechter. Das alles sind die Wege, die wir gehen, wenn unser Verfall einsetzt. So ab kurz vor 30 geht das los und ab da wird das eigentlich immer schlimmer. Und das ist der Punkt, ab dem wir einhaken. Das heißt, wir nehmen uns jetzt mal all diese Wege vor und wollen diese Funktionen so lange wie möglich aufrechterhalten. Klar, das mit dem Insulin hätte es nicht sein müssen. Aber für mich persönlich ist das ein Weg, nochmal zusätzlich auch ein Benefit für den Sport und die Bauchspeicheldrüse entlasten. Insulinsensitivität bleibt gut, von Insulin wird man nicht insulinresistent, das ist Käse. Und zumindest nicht in der Dosierung. Das wäre der erste Weg. Der zweite Weg wäre also, entweder man nimmt sich ein DHEA oder man nimmt ein Testosteron. Was ist deine Erfahrung oder was ist dein Tipp, ab wann würdest du sagen, ist ein Testosteron hier klug? Grundsätzlich sollte man sich erstmal nicht an der Range orientieren, finde ich. Also wenn ich ein Blutbild mache, heißt das noch lange nicht, wenn ich in Range bin, dass ich auch einen optimalen Wert habe für meine gesamte Körperkomposition und mein Wohlbefinden. Ich denke, dass man hier ausloten muss, wie hoch ist auch der Östradiolwert im Vergleich zu Testosteron. Und wenn beide Werte relativ niedrig sind oder der Östrogenwert unverhältnismäßig hoch ist im Vergleich zum Testosteronwert, ist es für einen Mann sehr klug anzufangen damit. Und das ist bei den meisten Männern spätestens Mitte 30 sogar schon der Fall. Ja, spätestens. Du sagst es sehr gut. Es gibt Frühindikatoren und in der heutigen Welt, die wir so haben, voller Stress, wird das jede Generation noch früher. Tatsächlich ist auch das, was die Ärzte gerne machen, um dich ein bisschen zu verarschen, um dir nicht helfen zu müssen, ist, die lassen bewusst auch gerne das freie Testosteron weg. Oder lassen es so ein bisschen außer Acht. Also du hast dein Verhältnis. Das Landtestosteron wird halt nur bestimmt. Genau. Du hast das Verhältnis zum Östrogen, was sehr wichtig ist. Und du hast diesen kleinen Faktor, nämlich das freie Testosteron. Ich habe da auch ein Reel drüber gemacht. Das heißt, es gibt tatsächlich Beobachtungen, in denen man zum Beispiel mit 340 oder sowas Patientenproben gearbeitet hat aus Laboren, wo man einfach gesehen hat, dass Menschen, immer wenn sie sehr, sehr niedriges Gesamttestosteron haben, korreliert das meistens zwangsläufig mit einem niedrigen freien Testosteron. Das geht so miteinander einher. Dann gibt es aber diese kleine Schnittmenge, die sich im Referenzbereich schon befindet des Testosterons. Und die haben sehr oft immer noch zu niedriges freies Testosteron, können aber auch sehr hohes freies Testosteron haben. Und das ist das Phänomen, das wir kennen. Das ist also, du gehst zum Arzt, du fühlst dich scheiße, weil die Symptome kommen vom niedrigen freien Testosteron. Das ist das, was bioaktiv zur Verfügung steht. Und dann sagt der Arzt zu dir, ja gut, Sie sind aber noch im Referenzbereich, gehen Sie mal bitte nach Hause. Und diese Schnittmenge, die existiert. Und genau das ist der Punkt. Da muss man halt einhaken. Ein Arzt, wenn er dir nicht helfen will, wird er dir nicht helfen. Wichtig ist halt, du musst für dich wissen, das, was der mir gerade erzählt, ist scheiße. Wenn er dein freies Testosteron nicht bestimmen will, ist er scheiße. Dann geh woanders hin. Und wenn das ein Endokrinologe nicht macht, dann um Gottes Willen. Dann tut es mir leid für alle Leute, die er behandelt. Und das ist halt wirklich Wahnsinn. Also das heißt, wir müssen erst mal, wenn wir Symptome haben, über ein Blutbild rausfinden, was Sache ist. Ich glaube aber, dass manche Leute die Symptome nicht raffen. Du bist kaputt, bin ich doch immer. Du hast viel Stress, viel Arbeit, mein Chef ist scheiße zu mir, ist doch normal. Jeder Tag ist irgendwie gleich. Meine Frau will ich auch nicht mehr vögeln, die ist seit 15 Jahren, irgendwie nervt die mich nur. Jeden Tag sagt die, irgendwas ist kaputt. Die Kinder, ich muss aufpassen, ich bin nie da, die hasst mich. Natürlich, manche Menschen merken das vielleicht gar nicht, oder? Ja, denke ich auch, dass viele nicht die Anzeichen verstehen. Und auch selbst, wenn sie die Anzeichen merken, nicht wissen, worauf es zurückzuführen ist. Weil ein Testosteronwert, der niedrig ist, da kann ja in so vielen Sachen, es sind ja so viele Symptome, du änderst ja auch deine Persönlichkeit dadurch. Du siehst es ja manchmal, junge Männer sind energisch im Job, können gut verhandeln und so. Und wenn die älter werden, werden die auf einmal so ein bisschen entspannter. Dann denkst du dir, was ist mit dem los? Der war doch früher ganz anders. So ist der Biss. Wirklich, richtig, der Biss fehlt und natürlich auch dementsprechendes Auftreten. Und das können ja auch schon Indikatoren sein, wenn dir dein Umfeld das signalisiert oder im Job Kollegen dir sowas signalisieren und sagen, hey, du bist ja voll entspannt geworden, was ist denn los mit dir, voll gut. Die finden das ja gut. Ist aber vielleicht ein Anzeichen, dass du einfach deine Persönlichkeit aufgrund hormoneller Veränderungen geändert hast. Und das ist manchmal auch schon so eine Sache. Man muss ja auch dazu sagen, Testosteron ist für uns auch ein Wohlfühlhormon. Das heißt, wir fühlen uns in unserer Haut auch nicht wirklich wohl, wenn auf Dauer der Testosteronspiegel in einem Bereich ist, der einfach auch nicht funktioniert für alle Prozesse im Körper, wie Libido und generell einfach auch körperliche Kraft. Kraft, also wenn du jetzt sagst, ja, hier, hol mal die Stühle aus dem Keller auf und du liabst nach dem zweiten so, herrschend an Zeichen sein, wenn du sonst eigentlich ein sportlicher Kerl bist. Das korreliert ungemein. Und das hat, da hat, ein Kollege hat mal einen Satz gesagt, für den er sehr viel Kritik bekommen hat. Bin gespannt, was du dazu sagst. Er hat gesagt, seiner Meinung nach gibt es so etwas wie Depressionen nicht. Das kommt nur von zu geringem Testosteron. Das ist ein bisschen grob. Ja, es kommt natürlich auch immer noch psychische Ursachen, aber natürlich kann man auch das darauf zurückführen. Das ist ein bisschen grob, aber genau, der Ursprung ist nicht ganz falsch, aber er hat natürlich Unrecht. Aber von zu geringem Testosteron kriegst du Depressionen. Ist einfach so. Also das ist schon nicht ohne. Das heißt, viele Leute wissen, glaube ich, gar nicht, dass sie in einer Depression leben. Weil die schleppen sich so durch. Das heißt, der erste Punkt ist, man muss es wohl oder übel einfach mal checken lassen und man darf sich leider nicht auf das verlassen, was der Arzt euch sagen wird. Euer Arzt ist nicht in eurem Team. Also sehr selten. Euer Arzt ist im Team, ich will Feierabend. Im Team Pharma. Im Team Pharma, im Team Kasse. Im Team Rezepte, die ich auch wirklich abrechnen kann. Im Team Budget auch. Budget für jedes Quartal. Warum soll er dir Testo aufschreiben? Für sein Quartal ist es halt, das Erschöpft, der Rezeptblock ist nicht mehr so dick. Genau, das ist schade. Bei Privatärzten sieht das vielleicht anders aus, aber in der Regel bei Kassenärzten, die wollen dir manchmal sogar helfen, aber sie können es nicht. Und mit der Zeit sind sie irgendwann ignorant geworden, weil sie auch sauer sind, dass sie vielleicht nicht dieser Privatarzt sind, der das machen kann. Und auch da ist es wie bei dir auf der Arbeit dann der Frust. Das heißt, der ist im selben Boot wie du. Und das heißt, du musst dir wieder mal selbst helfen. Und genau deswegen machen wir das hier. Du musst da also hingehen. Im besten Fall, geh in ein Labor. Das sage ich immer, die Arztblutbilder sind furchtbar. Flo und ich gerade ein Video drüber gemacht. Geil. Wie mache ich das richtig mit dem Blutbild? Ja, geh nicht zum Arzt. Du kriegst ja manchmal deine Blutbilder nicht mal mit beim Arzt. Ja, du kriegst die nicht ausgehend. Als ich als Coach die haben kann, telefonieren die und sagen, ja, es ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Das ist, ich kriege da die Krise. Und dann sagt der Athlet mir, ja, mein Arzt hat gesagt, es ist alles in Ordnung. Und du so? Dann sage ich, dann ist ja alles in Ordnung. Habe ich meinen Job erledigt? Ja, du hast ein Blutbild gemacht. Wahnsinn. Also das heißt. Dem vertrauen wir jetzt mal. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Dann kannst du ja mit drin anfangen. Wenn du es kriegst, weißt du, dann ist es ja manchmal noch schlimmer. Wenn du dann wirklich, wenn du die Besprechung hörst, was der Arzt so sagt, ist es manchmal noch schlimmer. Deswegen tut euch den Gefallen. Weil, aber mein Hausarzt ist super. Den kenne ich seit Jahren. Der macht das. Nein, macht er nicht. So. Wenn er die Liste kriegt, die ich von dir will oder die Jan von dir will, dann ändert er seine Meinung. Und dann sagt er dir auch gerne mal, so, sie müssen das aber über Kasse, ey, sie müssen das selber bezahlen. Dann bezahlst du das, dann fehlt trotzdem die Hälfte der Werte. Das passiert mir dauernd. Das verstehe ich aber auch nicht, wenn du eine Leistung bezahlst. Selber, du bist ja bereit, du sagst ja, ist mir egal, wie teuer das ist, ich zahle das hier auch. Das wäre ja so, als wenn der Reifenverkäufer sagt, also nee, die Winterreifen, die machen wir jetzt nicht drauf. Du bezahlst die hier zwar, aber nee. Genau. Du hast die bezahlt. Hier ist das Auto, da fehlt ein Reifen. Das ist eine absolute Arroganz. Das finde ich auch Wahnsinn. Das ist einfach nur eine Arroganz, sowas abzulehnen. In gewisser Weise ist der Arzt auch nichts anderes in diesem Fall, wenn er für einen Wert Geld bekommt, als einfach nur ein scheiß Dienstleister. Genauso wie wir, genauso wie jeder Tätowierer, genauso wie jeder andere Selbstständige mit seinem Geschäft, wie auch immer, ist einfach nur ein Dienstleister. Damit das funktioniert, geht nicht zum Arzt, geht in ein Labor. Denn die, die fragen nicht doof, denen gebt ihr eine Liste, ihr kreuzt das alles an oder die kreuzen das für euch an, dann wird euch das Blut abgenommen. Bei den meisten ist es so, dass wenn ihr ganz nett fragt, dass ihr sogar einen Aderlast draus machen könnt. Dass ihr wirklich sagt, können sie bitte einen Aderlast draus machen? Und ja, im Gegensatz zum Arzt, doch, ein Arzt sollte das auch wissen. Wissen die, was das ist und zapfen dir das dann dementsprechend ab und du hast direkt mal was Gutes für dein Blut getan, für deinen Blutdruck. Das ist halt auch eine geile Sache. Das heißt, da habt ihr zwei in eins und dann kriegt ihr das bequem nach Hause geschickt mit der Post und ihr könnt das dann an Jan oder mich weiterleiten. Natürlich könnt ihr euch auch unseren Content angucken zu Blutwerten und könnt euch daran, also anhand dessen, selbst ein Bild machen. Ich habe in meinen Reels ganz genau die Verhältnisse der kritischen Werte gezeigt und auch genannt, um zu sagen, ab da hast du einen klinischen Testosteronmangel, der therapiebedürftig ist. Obwohl dein Arzt dir sagen würde, geh nach Hause, dir geht es gut. Das heißt, ihr müsst das auch wissen, das ist wichtig, aber ab dem Moment, und das ist bei dem einen ist das mit 27, beim nächsten ist das mit 35, aber Fakt ist, das fängt Ende 20 an. Das ist belegt und ab dem Moment würde ich zumindest mal die Augen offen halten, weil wenn du gleich einschreitest, wenn die Prozesse einsetzen, kannst du sie länger aufhalten, als wenn du erst anfängst, wenn du schon ein bisschen davon hast. Also das heißt, was weg ist, ist weg. Präventiv. Genau, was weg ist, ist halt weg. Das gilt für die Knochen, das gilt für deine Haut, gut, die kann sich ein bisschen verbessern, durch das HGH und so weiter, aber die Knochen, abbauende Prozesse, die überwiegen, da spielt aber auch schon dein ganzes Leben eine Rolle. Wenn du keinen Sport gemacht hast, hast du ein Problem. Wenn du spät anfängst, kannst du was rausholen, aber es ist was anderes, als wenn du dein ganzes Leben lang wirklich Sport gemacht hast. Mit HGH und anderen Peptiden kann man aber auch die Kaltzübereinlage und die Knochen wieder fördern. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Bestandteil. Ja, also es ist halt generell gut für den Körper. Wir hatten ja auch in diesem Zuge den Stack Attack von Dan Brazilian gemacht, der ja nun sehr viel Quality Aging betreibt, der auf jeden Fall nicht altern möchte. Im Nachhinein hat mir auch ein Follower geschrieben, dass der wohl einen Herzinfarkt schon hatte. Und deswegen so reagiert wahrscheinlich und auf dieser Basis... Wie lange ist der her? Weiß man das? Wie alt? Nee, wie lange ist der Herzinfarkt her? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Weil der ist ja 40, oder? Ja, aber... Das hat er wahrscheinlich mit 35 oder mit 30 wahrscheinlich schon einen gehabt oder so. Oder erst vor ein paar Jahren. Krass. Alkohol, Drogen, Poker, Stoff. Ich glaube, erst mal Charlie Haber Lifestyle und dann Charlie Haber in Gesund Lifestyle. Ja. Auch hier ist wieder mal das typische Beispiel, wir müssen wieder in ein anderes Land schauen und da wird es schon lange gemacht. Bei uns ist es verpönt, bei uns altert man lieber und wird schrumpelig. Warum? Ich denke mal, dass es einfach ein bisschen zurückgeblieben ist. Zurückgeblieben, das wird ja immer so eingesetzt für Dummheit. Das ist aber Quatsch. Man muss sich halt mal wirklich überlegen, was bedeutet zurückgeblieben? Wortwörtlich. Bedeutet halt einfach, dass man noch nicht so weit ist. Und ich glaube, dass das einfach das ganz gut beschreibt, weil halt hier einfach alles sehr engstirnig gesehen wird. Die Leute sind wenig offen für neue Dinge. Erzähl doch mal irgendwas Neues jemandem, der hier in einer Kleinstadt wohnt in Deutschland, der ist per se erstmal dagegen. Erzähl das mal jemandem, der in Schweden auf dem Dorf wohnt, der sagt, das hört sich ja interessant an. Ja, warum ist das so bei uns? Das wird sich dann auch immer hinter dem Terminus versteckt. Ja, du willst doch auch in Würde altern. War doch schon immer so. Ja, und es war schon immer so. Also in Würde altern heißt für mich, dass es mir gut gehen soll. Ja, aber in Würde altern, was soll das denn bedeuten? Dass man halt einfach zerfällt. Ja, im deutschen Volksmund heißt das genau das. Du zerfällst gefällig und hältst deine Fresse. Dass man da mit 75 am Rollator irgendwie dement rumläuft oder was. Weil du hast ja dein ganzes Leben lang normal gegessen. Du hast ja Transfette gegessen und Weizen und alles mögliche. Und das ist normal, du kriegst einen Herzinfarkt. Wie war das bei King of Prince? Du hast mit 30 deinen ersten Herzinfarkt bekommen und du hast ihn zu schätzen gewusst. Hat auch Arthur mal gesagt. Stimmt, die Folge kenne ich. Ja, gutes Beispiel. Ja gut, aber wann isst du denn auch mal wieder normal, wenn man so im Prep ist? Wann isst du wieder normal, genau. Das ist reißen mit Fleisch. Nur weil da keine Soße dabei ist, heißt das ja nicht, dass es so normal ist. Oder du setzt die Leute auf Diät, dann ist nach vier Wochen so die erste Frage, wann essen wir denn wieder normal? Junge, dein Leben ist jetzt anders. Okay, das ist natürlich eine Baustelle. Aber auch das setzen wir natürlich voraus. Wir reden hier nicht über die Menschen, die sich von Fastfood ernähren und die Scheiße mit ihrem Leben treiben, sondern wir setzen voraus, dass das alles einer gesunden Ernährung zugrunde liegt. Aber dann zeig mal jemanden unparteiischen, also einen ganz normalen Menschen, der weder fettleibig noch irgendwas, der einfach so normal vor sich hin existiert und keine Ahnung von irgendwas hat. Einen, der so fettleibig ist, immer Fastfood, der raucht, sein Leben einfach nicht im Griff hat, keinen Sport macht, zeig dir mal den und dann zeig mal einen 50-Jährigen, der gebotoxt ist, braun gebrannt, Muskel bepackt, in seinem Porsche Cabrio, am Wochenende, was weiß ich, wo zum Sechstuhlstück fährt. Das sind ja auch gemachte Männer. So, zeig dir mal und dann wird der normale Mann sagen, ach der Arme, zu dem Dicken, dem muss man ja helfen, dem muss man zum Arzt gehen und zu dem anderen, was ist das denn für ein Vollidiot? So ist es. Es ist wirklich so. Genau so ist es. Das ist, glaube ich, unser Bild, das uns ein bisschen, also du musst da ausbrechen. Ich sage das genau umgekehrt im Übrigen. Ja, ist auch besser so. Du musst da auch ausbrechen. Das ist für euch alles, das ist wirklich ein wichtiger Hinweis. Brecht aus dieser Scheiße aus. Euch wird hier quasi durchgehend suggeriert, dass ihr euch gefällig im Arsch kaputt machen sollt für das bisschen Lohn, das ihr bekommt und dass ihr dann gefälligst ruhig zu sein habt. Nee, ihr habt Anrecht auf mehr, das ist wichtig. Aber das ist auch ein anderes Thema, glaube ich. Wir sollten vielleicht mal festlegen, um hier mal über Dosierung zu sprechen, skandalös, ich weiß. Ab welcher Dosierung ist es kein Quality Aging mehr bei Testosteron? Boah, das ist natürlich so eine Sache, ne? Also ich glaube, du bist bei 150 Milligramm die Woche auf der sicheren Seite, 125, aber ich würde weitergehen. Ich glaube, wenn du Kraftsport betreiben willst, wenn du gut drauf reagierst, keine wirkliche Östrogenreaktion hast, kannst du zumindest bis ins sehr hohe Alter, bis du mehr aufs Herz und so weiter aufpassen musst und auch zu gebrechlich bist, um wirklich hart Sport zu treiben, glaube ich, dass du dich so im 200, 250er Bereich sehr gut bewegen kannst. Ja, glaube ich auch. Ohne Nebenwirkungen. Glaube ich auch, ja. Das zeigt doch die Erfahrung, oder? Ja, das, ja. Wir haben so viele Leute, die wir on setzen, auch auf 250 Milligramm oder ich habe auch viele Leute, die zu mir kommen, weil sie keine THT bekommen haben und da sind wir dann auch so und sagen, du, 150 in allen Ehren, aber du willst auch Spaß haben, du willst auch trainieren, du willst so gut aussehen, 250 die Woche funktioniert. Das soll ja auch gut sein. Ja, du willst auch Spaß haben. Du kannst auch zum Beispiel so 62,5 alle zwei Tage machen, viertel Milliliter, da hast du einen absolut konstanten Pegel bei E2D, musst nicht viel injizieren, kannst das ganz entspannt mit Insulinspritzen, Backloading in die Schulter oder in den Arm machen, der tut nix weh, brauchst du noch nicht mal groß drüber desinfizieren, kann man das, sollte man ja. Kann man, sollte. Ja. Ne, also du weißt, was ich meine. Es ist halt entspannt zu handhaben und ist nicht mal teuer. Nicht teuer und gibt dir so viel Lebensqualität zurück, das heißt, wir hätten jetzt uns drauf geeinigt, dass du bei 150 bis 250 Milligramm, wenn du gesund bist und das verträgst, wahrscheinlich eine unfassbare Steigerung schon mit 30 Jahren oder so deiner gesamten Lebensqualität erfährst. Wenn du arbeiten gehst und du fühlst dich scheiße, du fühlst dich schlapp, du weißt nicht, ob du dich ins Fitnessstudio schleppen sollst, du kriegst es nicht hin, plötzlich erlebst du dich ganz anders. Deine Frau erlebt dich wieder ganz anders. Deine Familie erlebt dich wieder ganz anders. Du wirst ein Macher. Es ist einfach ein Fakt, das ist durch das Dihydrotestosteron und das ist auch in Studien belegt. Testosteron macht nicht aggressiv, das ist ein Mythos. Es gibt Humanversuche genau dahingehend und was gezeigt wurde, war eher eine Art Geltungsdrang, der sich entwickelt hat durch das Dihydrotestosteron. Du wurdest dir deiner selbst bewusster, du wurdest fokussierter, dieses Macher-Mindset. Wenn du das nicht bist, ich will jetzt nicht sagen, aber es kann durch Testosteron besser werden. Jetzt hau ich aber mal eine ganz gewagte These in den Raum. Okay, hau raus. Wenn zum Beispiel ich, wenn ich jetzt Netty bin, für mich ist es ja eine Riesenschwelle on zu gehen, weil ich weiß ja, dass ich meine eigene Produktion, die ich mühsam wieder angekurbelt habe, damit platt mache und so. Das ist eine Riesenschwelle. Aber 62,5 alle zwei Tage, nochmal das Doppelte. Das geht. Noch mal ein Primo dazu. Das geht schnell. Die Schwelle ist nicht so groß. Ja. Und dann kommen wir wieder in den Bereich, wo der Verschleiß wieder zunimmt. Das heißt, wer schafft es denn wirklich, wenn er sieht, wie gut das funktioniert? Seine Charakterzüge werden besser. Seine Libido, er sieht besser aus. Er fühlt sich stärker mit 40 auf einmal, wo er vorher dahingesiegt ist. Und wer sagt denn dann nicht, ach komm. Dann verlassen wir halt quasi den Quality-Aging-Bereich. Also du weißt, was ich meine. Natürlich. Die Schwelle ist viel geringer, mehr zu nehmen, wenn du einmal on bist, als wenn du nichts nimmst. Es gibt die auch nicht. Ich will jetzt mal die Moralkeule hier. Nee, du hast auch recht. Also es gibt diese Leute dann auch fast gar nicht. Wir sprechen ja nur darüber, was könnte man machen. Aber ich würde das auch so in Klammern setzen und würde sagen, das ist die Basis. Und man kann immer wieder hochcyclen, wenn die Gesundheit es zulässt, bis zu einem bestimmten Punkt, ab dem man sagt, ab jetzt mache ich wirklich nur noch das und altere in Würde. Und das meine ich dann wirklich so. Ich coache jemanden, der Politiker ist, der sehr viel unterwegs ist auf der Welt. Und der war irgendwo in Amerika, Zentralamerika. Ich weiß nicht mehr, wo er war. Und da war er in so einem Hotel, da war viel los, da waren auch viele Geschäftsmänner, da waren viele Leute, so Amis und Südamerikaner, die halt wirklich gut im Business waren. Das waren eigentlich genau die Leute, die du gerade eben beschrieben hast. Den Typ mit der Botox-Stirn, mit dem krassen Körper. Genau solche Leute haben da trainiert. Alle mega erfolgreich, sahen alle wirklich krank aus, hat er gemeint. Und die kamen auf ihn zu und haben nicht gefragt, nimmst du was? Sondern die meinten, was nimmst du so? Und er meinte, er war total perplex, weil er nimmt halt nichts. Und er meinte so, krass, aber das sind alles Leute wie ich auch. So nur bei uns in Deutschland ist das komplett verpönt. Aber dort ist diese Selbstoptimierung im Alter, ist was Selbstverständliches. Die unterhalten sich ganz offen darüber. Die Leute lachen uns aus. Ja, es ist so. Alle Osteuropäer lachen uns aus. Ja, es ist so. Wirklich. Ich habe ja auch einige im Coaching, die von da kommen. Und da hast du ja in Ungarn, Russland, wo auch immer, du hast deine Affiliate-Codes für Wachs von Sportlern. Die Beauty-Influencer quasi. Ja, die Leute verdienen über diese Firmen und du kannst in der Apotheke deinen Wachs kaufen für einen Discount-Preis, wenn du einen Rabattcode benutzt. Und das bestellen und das ist überhaupt kein Problem und da benutzen das alle. Und hier denken die Leute, du stirbst. Ja, sag doch mal, sag doch mal jetzt dem gleichen Typen, den ich gerade habe meine anderen beiden bewerten lassen, sag dem doch mal, was hältst du von Wachstumsvermoden? Du stirbst. Sofort. Sofort. Dein Herz stirbt Tumor sofort. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Aber woher kommt es? Ich sage immer, alles hat einen, alle Unwahrheit hat oft so einen wahren Ursprung. Zum Beispiel der Mythos Kreatin zieht Wasser. Kommt ja da, weil irgendjemand hat mal intrazelluläres Wasser gehört und dachte, er wird fett, weil er äußere. Und wir wissen natürlich, es steht im Raum, was IGF-1 alles machen kann und das wird natürlich im Zusammenhang gestellt mit irgendwelchem Organwachstum und das schert man über einen Kamm. Aber auch hier geht es natürlich wieder um die richtige Dosierung. Deswegen, wir haben gerade über Insulin gesprochen, wir haben über Testosteron gesprochen, in welchem Bereich und jetzt kommen wir zu HGH. Was kann HGH für uns tun? Und dann müssen wir auch über die ganzen anderen Peptide zumindest kurz sprechen. Ja, wir versuchen es mal. Wir versuchen es kurz, was die für uns tun können. Aber kommen wir zum einfachsten aller Vertreter, der aber für viele leider schon den Rahmen sprengt. HGH ist, wir haben es eben genannt, einer der Komponenten, der uns weggenommen wird. Demnach wollen wir ihn ersetzen. Wo ist für dich die Schwelle? Wo ist es nicht mehr gesund? Jetzt wirklich nur, nur, nur gesunde Änderungen. Alles, was du bis 4 IU machst, passiert gar nichts. Außer, dass es dir besser geht und dass du... Es ist Fakt, wenn du mit 2 bis 4 IU Wachs unterwegs bist, dass du älter wirst, als wenn du sie nicht nimmst. Würde ich auch unterschreiben. Das ist so. Du hast keine... Man muss auch... Die Leute haben dann immer Angst, wegen der Blutzuckergeschichte kriege ich Diabetes vom Wachs. Das ist da auch nicht, nee. Weiter. Also da muss man schon wirklich im hohen, zweistelligen Bereich Wachs ballern. Und öfter. Dass man da und auch über ein halbes Jahr Minimum, dass du da wirklich Blutzuckerwerte hast, die dir dann in deinem Diabetes sind. Und du musst dich natürlich auch dementsprechend kohlenhydratreich ernähren. Was du in der Regel dann in dem Alter Quality Aging auch nicht mehr machst. Du wirst dann nicht deine 700 Gramm Carbs essen, wenn du Quality Aging betreibst. Das stimmt. Du wirst ja auch in Form bleiben. Du wirst deine Organe nicht belasten. Du ernährst dich gesund, ausgewogen. Und ich bin jetzt persönlich auch so, ich habe nicht mehr so viel Hunger wie früher. Also ich bin ja jetzt noch nicht so alt, aber mit 33. Ich habe jetzt weniger Hunger, als ich mit 25 hatte. Weil du keinen MK mehr nimmst. Ja, kann auch dauernd nehmen. Man weiß es nicht. Ja. Aber du könntest schon recht haben. Ich glaube auch, kennst du Frank Grillo? Ja. Der Schauspieler, der war neulich mal bei Man's Health oder so, war da im Magazin. Und hat halt erzählt, was er alles ist. Der Typ sieht ja brutal aus. Der Typ ist über 60, glaube ich. Der sieht so geisteskrank gut aus. Und da ist mir gerade direkt eingefallen, weil er hat halt beschrieben, was er isst. Er isst gefühlt den ganzen Tag nur Steaks irgendwie und Gemüse. Und er trainiert zwei, dreimal am Tag. Er trainiert Kampfsport, er trainiert Kraftsport, er geht laufen. Und er ernährt sich eigentlich nur gefühlt von Steaks und was weiß ich. Natürlich hat er nicht über seinen Stoff gesprochen. Ja. Aber Leute wie er sind das perfekte Beispiel für sowas. Ja. Die sind in dem Alter vital ohne Ende. Die drehen Actionfilme. Ja. Die sind auf dem Peak ihrer Karriere und funktionieren halt immer noch. Wie geht's den anderen Leuten in dem Alter? Ja, aber auch guck dir doch mal andere Hollywood-Schauspieler an. Gut, und Brad Pitt ist jetzt Alkoholiker. Der war, glaube ich, vorher, so war der jetzt nicht Alkoholiker. Nee. Aber guck dir den mal vor zehn Jahren an. Da war der ja auch schon weit über 40 und der sah aus wie 25. Wahnsinn. Das ist dort auch schon lange gang und gäbe. Und als ob der jetzt nix nimmt oder als ob Heidi Klum nicht ihr Wachs und ihre Peptide nimmt. Und also, ich meine, ich habe ja nun auch Coaching-Kunden, die im Modeling sind. Und da wird auch sehr, sehr viel gemacht. Es ist wie beim letzten Mal. Da wird auch viel gespritzt. Ja, es ist wie beim letzten Mal. Wir haben drüber gesprochen, wenn es um Geld geht. Leute, da geht es um Millionen Verträge, als ob die nicht Berater haben, die denen sagen, als ob das bei Botox aufhört. Wenn du Botox spritzt, spritzt du auch HGH. Das ist ganz normal. Meine Botox-Dealerin, sage ich mal, ist Ärztin, hat mich auch gefragt, wie sieht das aus mit Peptiden? Können wir da zusammenarbeiten vielleicht? Was kannst du da machen? Weil die darf das ja. Krass. Manche Sachen zumindest. Nicht alle, aber manche. Ist auch interessant. Und dass ich da mit ihr vielleicht sogar zusammenarbeite und man da halt Protokolle erstellen kann, weil sie als Ärztin kann natürlich die Sachen verabreichen. Logischerweise verdient sie dann auch was dran. Aber du kannst zumindest so ein Quality-Edging auch über sowas herstellen. Und auch solche muss dann halt ab und zu mal hin. Aber ich gehe jetzt auch mal von Sachen aus mit einer relativ langen Halbwertszeit, DB500 reicht zweimal die Woche aus. Ja, klar, klar, klar. Zum Beispiel. Und wenn du es nicht so weit zu fahren hast und du willst halt das machen, dann fährst du da auch hin und machst das so. Ist ja kein Problem. Also es sind immer so diese Sachen. Das ist dann schon super interessant. Da sind wir dann schon wieder bei den nächsten Peptiden angekommen. Das heißt, wenn wir jetzt von HGH sprechen, HGH, weil wir das vielleicht nochmal aufschlüsseln sollten, warum sollte man jetzt Wachstumshormone nehmen? Hä? Ich will doch jetzt nicht unbedingt Muskeln aufbauen. HGH ist vor allem hier, dieser Quality-Aging-Effekt ist für die Haut, Regeneration der Haut. Und deine generelle Regeneration des Körpers tatsächlich sehr, sehr gut. Die Strukturen, also das alles, was hier entlang läuft, kann durch das HGH viel, viel besser regenerieren. Und es gibt dir so ein bisschen Feuchtigkeit und alles zurück. Und das wiederum lässt deine Haut extrem in Würde altern, besser altern. Das heißt, ich würde HGH tatsächlich hauptsächlich für die Haut und dann minimal für insgesamte Regeneration des Immunsystems und einen besseren Stoffwechsel. Würde ich das tatsächlich so verabreichen. Und auch noch das wichtigste regenerative Instrument, was wir haben, Schlaf. HGH für den Schlaf. Vom Schlaf, das merkst du auch an verbesserten REM-Phasen, mehr Träume, was am Anfang kommt bei HGH. Das ist bei den Releasing-Hormones oder Peptides tatsächlich fast noch schlimmer. Da kommen wir gleich noch zu. Schlimmer, besser. Extremer. Nicht schlimmer, extremer ist das richtige Wort. Das heißt also, HGH ist hier eine sehr, sehr wichtige Stütze, die uns bei der Regeneration nochmal einiges bringen kann. Deswegen ist es hier drin. Also ich finde, HGH gehört zu einem Quality-Aging-Stack oder zu dem Ansatz tatsächlich dazu. Klar ist jetzt die Frage, weil ich vorhin Insulin genannt habe. Ich nenne es jetzt unabhängig voneinander. Man muss jetzt nicht, wenn man HGH und Insulin, da sind wir wieder bei dem, was du gesagt hast. Da hat jemand zu Hause HGH, da hat er Insulin. Dann ist wahrscheinlich nicht weit her, dass er dann irgendwann mal anfängt zu ballern. Wie gesagt, habe ich ja auch gesagt, würde ich cycleweise nicht ausschließen. Aber wir bleiben jetzt erstmal bei dem, was wir wirklich an positiven Effekten haben. Und jetzt haben wir langsam so eine schöne Kette an Dingen, die uns schon was helfen kann. Jetzt machen wir doch gerade mal den Schwung. Du, ich weiß, du bist ein großer Fan davon. Wäre dann eine kleine Dosierung von vielleicht 100 Mikrogramm Ipamorelin vorm Schlafen gehen schon zu viel? Fällt das aus dem Rahmen bei Quality-Aging? Oder wie würdest du das jetzt einsetzen? Finde ich insofern gar nicht. Weil du musst dir ja überlegen, als Beispiel, es gibt ja, ich fange mal an einer ganz anderen Stelle an. Eine Frau, 65, kriegt auf einmal einen Bart. Da fallen so die Haare aus, was ist denn da los? Östrogenspiegel sinkt, Testosteron ist aber noch da, weniger Aromatase im Alter. Die Frau wird nicht mehr Frau, sondern irgendwie so ein Mann und dann sieht die genauso aus, wie der Opa da daneben sitzt. Sind praktisch fast von den Hormonen her identisch irgendwann, haben sich angeglichen, das passiert halt. Das heißt, wir haben jetzt ein Wegfallen eines Hormons sozusagen. Das könnte man sich natürlich irgendwie replacen. Das wird ja dann auch versucht. Meistens kriegt man dann Serms, also selektive Östrogen-Rezeptor-Modulatoren werden ja da manchmal eingesetzt. Dass man einfach sagt, okay, wir machen den Östrogen-Rezeptor dicht, um da wieder was anzukurbeln, dass wieder mehr produziert wird. Ähnlich wie beim Absetzen. Weil wenn ich signalisiere, es kommt kein Östrogen mehr an, dann geht es mir zwar erstmal schlechter, aber der Körper fängt an wieder hochzufahren. Es kommt wieder mehr Testosteron-Aromatase und ich habe wieder mehr Östrogen am Start. Man könnte ja eigentlich da auch eine ganz geringe Dosis Testosteron sogar verabreichen. Das würde wahrscheinlich sogar funktionieren. Über die erhöhte Aromatase würde das wahrscheinlich sogar gehen. Ich rede jetzt hier im Bereich von 10, 15 Milligramm. Ja, ja, vorsichtig auch hier. Ganz wenig, weil sonst kriegt ihr ja noch einen längeren Bart. Das wollen wir ja auch nicht. Aber so, könnte man auch den Weg gehen, dann könnte man sich die Erstverschlimmerung sogar ersparen. Aber da will ich jetzt nicht zu weit gehen, weil Quality Aging für Frauen ist natürlich nochmal eine andere Nummer als für Männer und auch ein bisschen komplizierter. Das muss man hier vielleicht auch sagen, für Frauen gilt das jetzt, DHEA gilt, Testosteron natürlich nicht, aber HGH geht genauso in einer ganz kleinen Dosierung. Also da werden wir immer noch bei Frauen auch mitgehen, nur das Testosteron, da muss man die Frauen natürlich etwas ausklammern. Frauen haben aber auch einen Faktor uns voraus, der die Alterung bis zur Menopause tatsächlich sehr gut herauszögern kann. Das ist das Östrogen, vor allem die Alterung der Haut. Ja, aber dann, wenn es dann auf einmal weg ist, dann altern die auch ziemlich schnell und dann halt auch ziemlich in Richtung Männlichkeit. Und das ist natürlich dann immer schade für diese Damen, sage ich mal, weil die können dann nicht mehr in Würde altern. Das stimmt. Das ist leider so, weil gerade viele schicke Frauen, die sich auch toll anziehen und die dann Hormone dann den Strich durch die Rechnung machen im Alter, ist schon schade. Deswegen ist DHEA mit HGH tatsächlich für Frauen so gut. Ja, das funktioniert super. Das funktioniert. Was, wenn ich das eigentlich sage, ist nur, es fehlt jetzt etwas im Körper. Da kann man natürlich jetzt sagen, ich ersetze das, indem ich halt einfach das HGH hinzufüge. Das ist ja so, Hörnagendrüse nimmt die Produktion ein bisschen ab, wir haben weniger HGH. Aber ich kann natürlich auch einfach sagen, ich triggere die jetzt mal, ich lutsche die jetzt mal aus, ich gebe mal Gas, dass meine Eigenproduktion wieder mehr wird. Kann ich ja zum Beispiel auch machen, wenn ich lange Zeit Missbrauch betrieben habe. Meistens ist es so, dass HGH trotzdem weiter produziert wird. Also dieses Aufhören, wie bei Testosteron, dass die Achse komplett platt ist, das ist bei HGH meistens nicht der Fall. Es gibt aber Fälle, in denen das so ist. Wenige, aber gibt es. Ist das dann bei übermäßigen, bei übermäßiger Stimulation oder bei Stress oder was? Ja, interessant. Habe ich auch noch nie gehört, Alter. Von einem, von einem habe ich es gehört. Er hat mir auf mein Reel, wo ich das gesagt habe, dass es eigentlich keine negative Rückkopplung gibt, zumindest sehr selten nur, hat er mir geschrieben, bei mir war es leider so. Da habe ich ihm auch direkt gesagt, ja, dann nimm doch mal ein GHRP. Ich würde das hart in Frage stellen, dass das nicht vielleicht von irgendeinem anderen Pathway aus passiert ist. Könnte auch sein. Sowas kannst du halt dann auch immer nicht mehr im Nachhinein eruieren, weil dann ist es ja schon das Kind im Brunnen gefallen. Du weißt ja nicht mehr, woran hat es jetzt gelegen, wenn du nicht wirklich permanent alle Werte aus dieser Zeit gecheckt hast. Genau, für mich persönlich ist das eine Korrelation von ganz vielen, also das sind andere Sachen passiert. Und meistens, meistens schon, weil HGH, was auch helfen kann, Huberzin A, ich weiß nicht, ob du das kennst, das kann die Wachstumshormonsekretion ein bisschen anregen. Okay. So, aber ob das jetzt so den Effekt hat. Besser ist es natürlich dann zu sagen, ich stimuliere. Richtig. Über einen Releasing Peptide oder einen Releasing Hormon. Und da ist natürlich ein Ipamurelin im Quality Aging das Beste überhaupt, weil du hast eine Verbesserung der Haut, eine Verbesserung des Schlafs. Du hast generell Anti-Aging im Bereich auch Haare. Auch wenn du vielleicht viel Haarausfall hast, kannst du mit Ipamurelin noch ein bisschen was machen. Der Schlaf macht so viel aus. Der Schlaf macht so unfassbar viel aus. Aber 200 Mikrogramm ist sowas gängiges, was Bodybuilder gerne machen. Ich habe da auch interessanterweise von Tony Hütsch mal gesehen, dass er davon gesprochen hat, dass er sich intramuskulär injizieren würde, weil es lokal wirkt. Und er dann quasi vor dem Training ausprobieren würde, dass er sich immer in den jeweiligen Muskel-Ipamurelin spritzt. Das ist ganz geisteskrank. Aber es soll auch funktionieren. Aber das ist eine ganz andere Nummer. Aber 200 Mikrogramm ist sowas, was man gerne hört, was viel ist. 100 Mikrogramm stabil. Quality Aging sogar weniger? Oder würdest du sagen, man bleibt bei dem? Nee, also zur Leistungssteigerung, Optimierung, Muskelaufbau und zusätzlicher Freisetzung werden ja mehrere Gaben am Tag sogar empfohlen. Also, dass man sagt, ich nehme jetzt 100 morgens, 100 vorm Training und 100 abends zum Beispiel. Dann bin ich aber 300 am Tag. Und da bin ich auch im Bereich, der schon viel ist. Aber du hast halt meistens so eine 5 Milligramm Vial. Das heißt, du musst das ja irgendwie runterrechnen. In diese Vial kannst du keine 10 Milliliter Nazel pressen. Das geht halt nicht. Und dann musst du das ja irgendwie auch noch in die Insulinspritze aufziehen. Wenn du 0,1 rausziehst und hast da 2 ml reingemacht, dann bist du bei 250. Ja, verstehe. Das heißt, es ist schwierig zu dosieren und das macht dir meistens den Strich durch die Rechnung mit einer niedrigen Dosierung, weil dann sagst du, ach komm, scheiß drauf. Und dann machst du vielleicht 3 ml rein und dann bist du am Ende dann bei einem Wert zu hoch. Das ist auch nicht praktikabel dann. Ja, das ist nicht mehr anwendbar, weil das meistens dann halt, du kriegst halt nicht weniger. Aber ist es dann zu viel des Guten oder nicht für Quality Aging? Also wenn du eine Dosierung am Tag machst, aber du kannst ja auch ein Einnahmeschema machen. Man könnte ja jetzt auch sagen, ich mache das zum Beispiel an 5 Tagen in der Woche und 2 Tage nicht. Okay. Ja, das ist ein sehr gängiges Einnahmeschema, das ich bei den Amis gesehen habe. Ja. Würdest du das unterstützen? 5 Tage und 2 Tage aus, habe ich sehr oft gesehen tatsächlich in den Empfehlungen. Funktioniert. Ich glaube, das wird das Beste dann sein. Also nochmal hier, Ipamorelin ist ein unfassbar potentes GHRP. Also es setzt Wachstumshormone in deinem Körper frei. Und das kann natürlich genau das tun, was wir jetzt gerade beschrieben haben. Wäre es dann überhaupt noch notwendig, HGH zu nehmen? Für die Lipolyse vielleicht vom Training? Ja, also ich meine, wir beschränken ja im Quality Aging jetzt die Ipamorelin oder auch, man kann ja auch andere Sachen, es gibt ja so viele Peptide. Es gibt ja auch Leute, die vielleicht was brauchen, was auf einen bestimmten Bereich abzielt. So, gibt ja für alles irgendwie was. Das sind ja alles Aminosäure-Sequenzen, die im Körper was auslösen. Vielleicht TB500 auch immer mal wieder einfach drin haben, um die Zellschäden zu regulieren. Mal wieder für 4 bis 6 Wochen Cycle einfach, um zu sagen, ich gebe meinem Körper mal was zurück. Gute Idee, definitiv. Oder auch BPC-Oral machen eine Zeit lang mal, um den Magen zu beruhigen. Vielleicht in Verbindung mit intermittierendem Fasten. Bin jetzt nicht so der Riesenfreund von, aber im Quality Aging bringt das auch mal was, den Magen mal eine Zeit lang in Ruhe zu lassen. Und ich finde es halt sinnvoll zu sagen, okay, zu den Zeiten, wo mein Körper wenig HGH generell hat, er wird ja auch gut darauf reagieren, auf die Dosierung, kann ich das zum Beispiel morgens HGH machen und kann das Ipamorelin abends einsetzen, um das Releasing in der Nacht maximal zu haben. Und dann habe ich meine zwei Dosierungen am Tag und ob ich dann noch vorm Training was mache. Das ist krass. Also jetzt hast du wirklich schon eine unfassbare Optimierung. Der Schlaf und die Regeneration werden optimiert. Der Knochenabbau wird maximal zurückgehalten durch das Testosteron. Dann haben wir für Frauen zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass durch das DHEA die Menopause so ein bisschen nicht mehr gängig gemacht wird. Das können wir ja alle trotzdem machen. Das geht. Genau, also auch Ipamorelin zum Beispiel, HGH kann man dann machen. Und also hier haben wir jetzt schon sehr, sehr viel getan an so vielen, also Haut haben wir gerade, Haare und Zähne, das musst du dir machen. Weißt du schon, dass die in den ganzen Coachings dich nach dem Video anschreiben, dass die Ipamorelin nehmen wollen? Ja, wahrscheinlich. Das ist dann halt so. Ja, ja, das muss man sich erstmal verdienen. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch wieder sagen, das ist ja auch so eine Diskussion, die ich mit Benedikt hatte, wenn ich selbst schon den Standpunkt vertrete und sage zwei bis vier Einheiten, und das sage ich auch ganz offen in jedem Video, sind nicht ungesund, dann ist das Einzige, was ich ihm entgegensetzen konnte, ist, es bringt dir halt jetzt nichts, dass du das jetzt machst. Aber wenn er dann drauf besteht, das zu machen, dann sage ich, dann mach es halt. Wenn du das Geld ausgeben möchtest und gesund bist, dann mach es halt. Dann hast du halt Melipolyse, dann kannst du dich jetzt schon mal wie ein Bodybuilder fühlen. Aber das Gleiche ist es mit dem Ipamorelin. Wenn du das Geld ausgeben möchtest und der Meinung bist, du kommst an echtes Rand, dann kannst du einfach davon profitieren. Was soll ich denn anderes sagen? Wir sind halt in der Optimierung der Prozesse. Und wenn du jetzt beispielsweise nur sechs Stunden schlaf die Nacht kriegst oder fünf, dann schlafst du so gut du es kannst. Und dann benutzt du sowas. Das ist auch wieder eine Optimierung von, auch Arbeitsprozess kann ja auch für Manager interessant sein. Wir reden ja jetzt hier nicht nur von Bodybuildern. Es kann ja auch jemand sein, der zwei Jobs hat, eine eigene Firma, eine Familie zu Hause, ein kleines Kind. Das bin ja ich im Prinzip, wenn ich das mal beschreibe. Der kann natürlich seine fünf, sechs Stunden Schlaf, sieben Stunden von mir aus, die hat natürlich so effizient wie möglich gestaltet mit einer Langrempphase, mit wirklich einem ordentlichen Regenerationsapparat, der da mitkommt. Das ist es. Das macht so viel aus. Und wenn wir das alles schon haben, dann haben wir eins kurz angeschnitten. Man kann tatsächlich dann trotzdem immer wieder Dinge cyclen, die keine Nebenwirkungen haben und denen nur helfen, wie zum Beispiel BPC-157. Einfach mal um den Magen, das ist ja auch natürlicherweise im Magen vorkommend, dem Magen immer mal wieder was zurückzugeben, Entzündungswert runterzudrücken. Das ist so wichtig. Das kann man damit immer wieder machen. Und TB-500 vielleicht mal, würde ich tatsächlich sagen, immer mal wieder cyclen. Einfach mal machen. Du wirst älter. Die Reparaturprozesse deines Körpers werden tendenziell ineffizienter. Es muss jetzt nicht der Rieseneffekt sein, aber du hast ja auch keine Nebenwirkungen. Das ist dann einfach eine Kostenfrage. Das heißt, du kannst hier vielleicht sogar präventiv ein bisschen was machen. Und das Einzige, was mir zum Ende noch einfällt, ist, wenn man den Alterungsprozess, vor allem bei uns Männern, jetzt nicht so hart vorantreiben will, man muss halt irgendwann aufhören, diese harten DHTs zu ballern über längere Zeit und muss sich immer so ein bisschen darauf beziehen, ist jetzt skandalös, aber ein bisschen östrogendominanter zu arbeiten. Also, dass man einfach so ein gesundes Östrogenlevel hat. Ich will gar nichts sagen über der Range, aber wenn du der Meinung bist, die ganze Zeit dein Östrogen am unteren Limit zu haben, dann wirst du halt auch schneller altern. Das ist einfach so. Also, du musst es nicht die ganze Zeit tief haben, sondern dass du bewusst einfach diese Schwelle für dich rausfindest, ab der du ohne Nebenwirkungen einfach gut arbeiten kannst. So ein Sweetspot, wo du halt guckst, brauche ich da Echse oder kann ich weniger Testo nehmen und mir geht es trotzdem noch gut und dann eben kein DHT obendrauf feuern, sondern eben das sein lassen. Auch wenn es schön ist mit den DHTs. Und versuchen, sich einzustellen mit einem AI, der keine Nebenwirkungen hat. Also, man kann ja nicht sein Leben lang an Astroxol fressen. So, wo sollen die Nullfettwerte hin, wo sollen die Gelenke hin? Und da muss man halt so ein bisschen gucken und dann gegebenenfalls auch die Testosondosierung anpassen. Dann ist man ja schon auf einem ganz guten Weg, das stimmt. Am Anfang hatte ich was von mir gesagt. Was hältst du denn davon eigentlich? Ich weiß, dass das sehr viel im Zusammenhang mit NAD untersucht wird. Auch darüber könnte man ja nochmal sprechen. Da gibt es ja eine Riesentheorie dahinter, dass das so viel helfen soll. Ich habe das jetzt bewusst erstmal noch nicht genannt. Auch ich weiß, das hat extrem viele Anhänger. Ich wollte jetzt erstmal bewusst auf Dinge eingehen, bei denen ich weiß, die haben einen unfassbar starken Effekt und zwar unmittelbar. Und das erachte ich bei NAD meiner Meinung nach eher als, ich weiß es nicht. Das ist gerade so ein Trend, der aufkommt, den ich fast eher Richtung Supplements sehen würde. Über Supplements haben wir jetzt ja nicht gesprochen, sondern eigentlich tatsächlich über Hormone, Peptide und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Und dahingehend, das soll ja mit Metformin zusammen sehr, sehr gut wirken. Das wird ja im Longevity-Bereich immer wieder gesagt, ich habe da keine wirkliche Meinung zu. Ich weiß noch nicht mal genau, woher der Weg kommen soll bei Metformin, dass das so hilft. Weil die Prozesse so verlangsamt werden, Ja, weil man sagt halt, der schnelle Blutzuckeranstieg bedeutet Verschleiß. Und deswegen willst du das dann einfach durchgehend so ein bisschen in den Zaum halten. Dass dein Blutzuckerspiegel niedrig bleibt. Aber ganz ehrlich, Leute, bevor ihr Metformin fresset, macht doch einfach mal eine Diät, dann ist die Insulinsensibilität so gut, das trotz Wachs und trotz Ipamurelin und allem der Blutzuckerspiegel immer im guten Bereich ist. Ich unterzuckere, wenn ich keine Fette esse in der Mahlzeit immer. Weil ich einfach eine gute Insulinsensibilität habe, ich nehme überhaupt kein Metformin. Ich finde das voll scheiße so. Also deswegen, das ist eine Frage der Körperkomposition und wie schlau man sich generell im Leben mit seinem Ernährungsplan anstellt, ist meine Meinung. Und da ist Metformin, wie gesagt, es ist ein Medikament zur Diabetesprävention für Leute, die ihre Ernährung nicht geschissen kriegen. Weil die gehen zum Arzt und der Arzt sagt, okay, sie wiegen 157 Kilo, wie ernähren sie sich denn so? Naja, Torte, Eis, Döner, Pizza und 5 Liter Schokomüsli jeden Morgen. So sind diese Leute. Und die fressen auch abends noch 3 Tüten Chips und Gummibärchen auf dem Sofa. Du gehst halt einfach mit einem 180er Blutzucker schlafen. Geil. Und diese Leute, wenn der Arzt das sieht, dann sagt er, wenn ich den jetzt zum Ökotrophologen schicke, da passiert genau gar nichts. Der zeigt ihm die Ernährungspyramide, da setzt er sich mit seinem fetten Arsch drauf und frisst noch 3 Torten. Das ist so. Das bringt ja nichts, so jemandem Ernährung beizubringen. Der wird das nicht ändern. Der kriegt ein Medikament. So. Das macht dem Kleistert dem den Darm zu. Der kriegt erstmal Verstopfung wie Sau. Und dann ist der Blutzuckerspiegel mal morgens in einem guten Bereich so, dass er ihm nicht gleich Pflantus verschreiben muss. Das läuft übrigens in der Typ 2 Diabetes, Therapie ganz genauso. Also man geht schon davon aus, dass die Menschen ihren Lebensstil nicht ändern werden. Ja, aus Erfahrung aber. Das ist ja angeeignet in den meisten Fällen. Ja. Und man weiß einfach, dass es einfach nicht anders weiterlaufen wird. Das ist traurig, aber es ist so. Das heißt, man geht auch hier in der Therapie schon oft davon aus, dass das einfach so weitergeht. Man muss hier zu sagen, wenn du in so einem Bereich anfängst, eine Diät zu machen und dich anständig zu ernähren und Sport zu machen, kann es dir dein Leben lang sehr gut gehen. Ja. Wenn nicht, geht das ganz schnell. Das heißt, alle diese Optimierungsprozesse, die wir jetzt hier genannt haben, die sind ja für Leute, die ihren Sport und ihre Ernährung im Griff haben. Richtig. Und ich finde, da hat Metformin einfach nichts zu suchen. Ja, bin ich tatsächlich der gleichen Meinung. Also ich hätte das jetzt auch hier nicht genannt. Ja, aber weil das immer als Anti-Aging bezeichnet wird. Richtig, richtig. Das schreiben mir viele. Als Anti-Aging nehme ich noch Metformin. Gerade jetzt wieder. Gerade jetzt wieder kommt das sehr, sehr hoch. Ja, das stimmt. Aber ich habe das bewusst auch nicht genannt. Ich finde, wenn wir uns jetzt mal anschauen, was wir alles gesagt haben, also das ist, das ist ja ein Megarezept, was wir da jetzt rausgegeben haben. Also ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt erscheinen lassen können. Weiß ich nicht, aber ich werde das so übernehmen. Ja. Also erst mal, ich will schon noch ein bisschen blasten. Ich darf jetzt wieder trainieren. Ich will wieder Gas geben. Können wir das vielleicht mal dokumentieren? Ja, sollten wir dokumentieren. Wollt ihr, dass wir sowas dokumentieren? Was, den Blast? Ja. Ich werde erst mal mit Peptiden, glaube ich, ein bisschen blasten. Und dann, das Gute ist, du kannst mit Peptiden ja relativ klug blasten. Und kannst dich nicht so hart schädigen, wie mit Steroiden. Natürlich ist der, die Kombination macht's. Du musst von allen Pathways das Beste, rausziehen, dann kann das funktionieren. Aber ich glaube, das ist Stoff für ein anderes Video. Man muss das alles auch mit Grelin und so mal verstanden haben, wie das funktioniert. Genau, viele, viele Peptides releasen ja auch Grelin sehr viel. Das wiederum macht ja noch mal was anderes aus. Dann kannst du Masse zulegen. Das Krasse ist halt auch, bei einem malen HGH ist es ja so, dass der Blutzuckerspiegel ansteigt. Das ist ja so, auch wenn es nur gering ist, je nach Sensibilität. Bei manchen Peptiden zieht es dir den ab, auch absolut in den Keller. Also man muss schon wissen, was man macht. Richtig. Deswegen auch hier, also mit Vorsicht genießen. Ich glaube, in der Quality Aging-Riege wären wir jetzt fertig tatsächlich. Ich glaube, man kann bestimmt noch viel machen, wenn wir über so viele andere Peptide sprechen können. aber das ist so, das ist für viele wahrscheinlich schon Overload, aber das ist so, wie ich finde, ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man wirklich in Würde altern kann. Und zwar mit Energie, mit Sex Drive, mit Spaß, mit Muskeln. Das fängt nur noch ein. Was denn? Was sagst du zu Taladafil? ED-Niegerige Dosierung. Für einen guten Blutdruck. Ja, 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 ja. Für Sex Drive. Wollte gerade sagen, aber auch wenn du 0,0 Indikation hast, so Blutdruck mäßig? Nein. So einfach vorbeugend, meinst du auch einfach, dass der Blutdruck besser ist? Genau, also ein PDE-5-Hämmer mit einer langen Halbwertszeit, niedrig dosiert, jeden Tag. Wie viel würdest du sagen? 5, 2,55 Milligramm. Du musst ja nicht 25 feuern, sozial. Das ist ja nicht, gibt es ja ein Fünfer oder als Zwanziger, die du dann vierteln kannst mit so Brech. Ein typisches Dan-Resilien-Ding, oder? Was hat der das drin da? Ich glaube, der hat es nicht reingeschrieben, aber ich könnte es mir voll gut vorstellen. Ja, aber er macht ja auch Anti-Aging mit DHB so. Bei ihm ist DHB so ein bisschen. Aber er ist ein gutes Beispiel dafür, dass er DHB und so weiter, das steckt er dazu und sonst hat er Anti-Aging oder Quality-Aging. Das sieht man einfach. Das ist so seine Hauptsorge und das ist das, was ich auch meine. Das alles ist so eine Grundbasis und wenn du der Meinung bist, von da aus mal kurz hochzublasten, kannst du es machen. Du kannst die Muskelmasse erarbeiten und musst dich danach nur noch darum kümmern, die zu halten. Ja. Das ist der Punkt. Das heißt, du solltest dich darum kümmern, mit Peptiden oder egal was, mit Steroiden für einen kurzen Cycle vielleicht Muskelmasse aufzubauen und danach durch deinen gesunden Lebensstil, den du hoffentlich hast, das Ganze einfach zu halten und möglichst gesund zu leben. Und so kannst du eben sehr gut aussehen. Und das ist auch dein Plan jetzt? Ja. In der Art so? Genau. Ist nicht gut. Wird jetzt nochmal richtig drauf gepackt, mal gucken, was der Körper hergibt und dann wird es gehalten. Was der Blutdruck hergibt. Genau. Blutdruckprobleme hatte ich noch nie. Also ich bin tatsächlich nebenwirkungstechnisch außer Gynow bin ich sehr, sehr gesegnet. Auch Haare. Aber ganz ehrlich, wenn es sein muss, lasse ich die mir halt auch machen. Bis dato habe ich genug. Aber ja, das soll es gewesen sein. Über unsere Pläne reden wir vielleicht nochmal in einem anderen Video. Und ich denke, das war ein sehr interessantes Ding. Schreibt eure Gedanken gerne dazu. Haben wir komplett den Verstand verloren? Mir hat es sehr, sehr gut getan. Einfach mal mit jemandem genau so, wie es sein soll. Nur über die Wirkstoffe, nur über die Möglichkeiten, die es so gibt und vor allem über die positiven Möglichkeiten, so sprechen zu können. Ich denke, das hat euch allen bestimmt auch gut gefallen. Deswegen pusht das. Wenn ihr es geil findet, schreibt es nochmal rein, was ihr von uns hören wollt. Schaut bei Jan auf dem YouTube-Kanal vorbei. Da gibt es nämlich auch tatsächlich viel über Peptide. Auch auf seinem Instagram-Profil. Bei mir gibt es extrem viel auf dem Instagram-Profil. Auch über Gesundheit, über alles Mögliche. Schaut euch den ganzen Content einfach an. Saugt euch das auf. Denn wer Wissen hat, ist klar im Vorteil. Ihr müsst nicht so durchs Leben gehen. Ihr könnt tatsächlich mit einem weiteren Horizont viel für euer Leben, für eure Gesundheit tun, für euer Beziehungsleben, für euer Sexleben, für wirklich alles. Sex-Podcast müssen wir auch noch machen. Sollen wir auch noch machen. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare und hört zu, nehmt das mit und könnt natürlich auch den Kanal hier abonnieren. Und Jan 10 und Mike 10 bei Bigzone supportet diesen Content. Das ist nicht kostenlos. Der gute Emil mag uns zwar sehr, aber der muss auch von irgendwas die Miete bezahlen. und genau deswegen ist es wichtig, dass ihr uns supportet. Das ist sehr, sehr wichtig. Danke nochmal an Emil für die Möglichkeit in diesem geilen Studio. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal bei Iron Mike Bodybuilding. Altert in Würde. Altert in Würde. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.